Ich bin unterwegs in der Wachau am südlichen Donauufer. Ich wandere gerade durch das Kupferteil. Es ist angenehm, weil es ist zwar sehr warm, aber bewölkt. Es ist alles wie ein Dschungel. 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 Die Mücken sind lästig. Ständig lädt man sich vor und nach oben um. Und mit der Kamera. Und mit der Kamera. Das ist so schick. Verzupft sich. Und mit der Kamera. Setzen ein시�ometrin. So, das ist Meliosen, ein Kieselbrot. Das habe ich mir schon daheim geschmiert und eine kalte Melone, da werde ich einen Eisakku drunter geben, damit das Ding kalt bleibt, weil es ist so warm und da mag ich gar nichts warmes essen, das werde ich jetzt genießen und dann geht es wieder heim. Musik 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und mit diesem schönen Bild von der Donausschifffahrt verabschiede mich eben jetzt wieder. Ich kann nicht damit mehr reden, so heißt es mal. Also dann, pfiat euch.